Jo, Jungs, was geht? Na, wer bist du denn? Eigentlich wollte ich mit meinem Vater spielen, nicht mit dir. So. In Jerome. Was war das denn? Ich hab den Alarm geschickt. Ich hab keine gekriegt. Auf Epic. Wo muss ich da hin? Auf den Options. Ach schon, wir sind doch schon da. Ich bin schon da. Du? Ah. Wieso ist denn dein Stream jetzt aus irgendwie? Der ist wieder an. Ja, ich hab einen neuen gemacht. Ist immer wenn die auf einen anderen Account gehen. Dann beendet das Team. Ach jetzt so. Hä, nein. Okay. Du wirst, ich muss noch mal neuerladen oder so. Ja. 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 Wo willst du hin? Ja. Ja. Gehen zwei Millionen Leute hin. Aber wie können wir sonst hingehen? Ja. Ja. Ein paar. Ich fahr mal bis zum Essen raus. Also bis zum Grün. Bis zum Keller raus. Bis zum Grün? Bis zu dem hier. Bis zum Einsatz. Jetzt ist er an. Es ist eine Pamp drin. Ist eine Pamp. Ist der mit einem oben drauf? Fuck. Ich hab es gehört. Nein. Nein. Der ist so blöd. Oh mein Gott. Ist der dumm. So blöd, alter. Warum? Oh mein Gott, ich hab keinen Aim! Ey! Du schießt auf mich! Nein, ich hab... Ich hab sein Maid! Oh, fuck! Fuck, fuck, fuck! Hast du den? Nein, ich bin tot! Wichse, alter! Ich bin der, der kommt weg! Ah, Ficke! Hoppla, keine obszönen Worte! Ja, ich konnte nix machen, ich hab den einen geholt. Und, weil das nicht mit Rakin offiziell in die Luft gesprengt hat, das passt. Und hab den gefinnest. Und dann, den hatte ich keinen Aim mit der Bombe. Oh man, ey! Oh man, ey! Aber ich hab gerade festgestellt, wenn man hört mich relativ gut, ne? Hm? Irgendwie ist schon witzig, ne? Hm, extrem. Wie du dich gerade abfeierst, dass du dich selber hörst. Ja. Ja, das war ein Hahn, Mannes. Ein Guckelhahn! Tick, 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 tick! Was? Was bin ich? Was bin ich? Was? Das, was ist er, wirklich? Das ist die Foleste, Jan. Also wohin? Äh, keine Ahnung. Wie lange ist es noch? Acht Minuten? Creasy? Ich bin müde. Wie lange warst du wach? Halb zwölf oder so. Echt? Nicht länger? Ich war sehr überrascht, wie schnell ich eingepennt bin. Meine Mutter hat mich irgendwie... Warst du das grad hin bei mir? Es sind genug Gegner hinter uns. Echt jetzt? Ja. Komm zur Burger, Bruder. Das ist keine Waffe. Das ist keine Waffe. Das ist keine Waffe. Das ist eine Waffe. Das ist keine Waffe. Das ist keine Waffe. Das ist keine Waffe. Ich habe eine Waffe. Eine Waffe. Eine Waffe. Ich habe noch eine Börse für dich. Ich habe eine Pump. Dort ist eine Börse für eine Pfandkampf. Kommen hier. Kommen hier. Kommen hier, ja. Habe ich heute ein bisschen die Money. Ja? Dann habe ich die Money genommen. Danke. Das geht schwer. ja das money nein fahrrad so aus Hm, der hat sich nicht... Ja, der hat sich welche. Los! Ja, da vorne ist der welche. Huhu! Holy fuck, Akar, Digga. Alter, so gut. Mein Kopf geht auch schlecht. Oh, ich bin tot. Da hier oben. Ab ihn. Hast du gut gemacht. Nein, Gott, nein, oder? Nein, nein, Mann. Guck, der Mahlon grad unserem Stream? Ja. Hast du meinen Stream? Nein. Nee, ich guck. Nein, deine. Alter, wo ist jeder keiner? Nee, guck. Ah fuck, ich bin down. Ich hab halt keine Mets mehr. Hätte ich Mets wenigstens. Ah fuck, ich bin dann. Ich bin sehr am Arsch. Ich bin tot. Ich bin tot. Pizza, Alter. Pizza, Alter. Nein, 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 nein. Einstück, einstück. Nein, einstück, einstück. Hast du einen Kick? Fuck. Alter, hast du den gegeben. Was hat er mir gegeben? Holy Ghost. Oh, ja, schon ein bisschen was. Ein bisschen. Er hat mich im Entfeld getotet. Fast. Vier Minuten, Alter. Ich muss da direkt rein. Ja, ja. Wirst dir schon mal auffallen, wie... Du hast schon vier Kills? Hm. Ja, wirst dir schon mal auffallen, wie viele... Eigentlich Karma mit KXRMA heißen bei YouTube? Ja, Mann. Das ist übel, Mann. Ja, mir aber egal. Ja. Was hast du wissen? Ja, ich kann ja jetzt mit... Jetzt hat die halt Sun-Chin-Chunto genannt. What the fuck? Ja, Mann. Ich denke, die Runde könnte eigentlich noch so lang gehen, denke ich. Ich denke, ich könnte die sogar holen, weil... Ich meine, lieber gehen was und so. Aber... Hm... Das wäre gleich für mir so. Hm... Das wäre gleich für mir so. Ne, ich mache hier gleich ansonsten mache ich aus. Weil ich gehe gleich duschen und rasier mich. Ja, oder? Mach ein bisschen Ding weg, oder? Ich dachte, man hat sich nur ein bisschen gehört. Ja. Haha. Wieso hast du Angst? Ne, aber... Keine Ahnung. Geht's dick dick dick? Ja, ach nee. Muss ja nicht sein. Was sagst du? Muss ja nicht sein, aber... Was ist los? Ja, ich habe dich... Ich habe schon verstanden, dass der Manu auch gering ist. Was ist dieser Manu? Ja, das ist das andere. Ja, das ist das andere. Was ist der Manu von hier ist. aber merkst du warum ich ein mikrofon will? merkst du warum ich ein mikrofon will? hörst du die qualität die ist nicht so gut von meiner stimme ne? naja es geht wenn ich ein mikrofon habe ist die übel klar also im stream ist die nicht so gut jetzt für eine party ist es klar gut aber im stream ist es ich habe mich so doppelt ich höre wie ich vorhin geredet habe ja ja ich habe es auf dem handy ähm willst du dann zocken? ich will ja ja dann hab ich nicht ey guck ich das video erstmal an also gut ich bin raus ich guck mal auf dem handy weiter ne? hm bleibst du in der party? also äh wie soll ich das machen? halt halt in der party bleiben oder so? vielleicht ist das eine ausnahme ja ich mach schon ich geh aus dem spiel schon raus ja aber ist der party? aber wieso soll ich in der party bleiben wenn ich doch eh im bad bin? keine ahnung so allgemein drei leute so allgemein drei leute fast schon ne sag mal was sollen da sind dahinter sein nein keine ahnung ja aber ich bleib drin ja aber ich bleib drin nicht musst du nicht? dann fahrst du danach aber ja mal lag controller ja ok das ist gut ich behelb mich damit ja peace out ja tschau sollt ihr mich verarschen alter hat da nicht weggehen lassen ah fucking quad fragt alter also ich schau ab jetzt auf dem handy weiter ne? ja also bis den das stimmt das stimmt das stimmt oh man oh man du wirst eigentlich schnell sterben aber Aber ich weiß jetzt kein Back die Runde abzurüchen. Wie viele Leute ist der Wahnsinn. Na, ist auf jeden Fall. Danke, dass ihr im Start seid. Digga, warum fährt jeder weg? Holy fuck. Huch, sind wir heute? Okay. Reicht doch immer. Na, Spaß. Digga, das ist nicht dir in ihr Ernst. Scheiß Gott weg, Alter. Danke. Meine Fresse, Alter. Jetzt kommt vielleicht noch ein Quart. Was ist das für eine fucking Noob Lobby? Aber was ist Noob Lobby? Was ist das für eine fucking Abfahrklobby? Das ist nicht er denn, wer er ist. What the fuck? Komm, dann kill mich halt. Was ist das für eine Mäte? Was ist das für eine Mäte? Was ist das für eine Mäte? Eine Mäte. Das für eine Mäte. Einmal, dass ich das für eine Mäte reinfügt. Beide ich was, das für ein Noob annbook immer freistisch. ... bekädig gemacht. Gemäch 43, wenn generational bei Schiff hast. Echt? Aber gar nicht so viel Aase. Wie einшихques für ein welches oder das für eine Turnerstäfter Amsterdam auch! Du in dieser Küchebereich Artist ist eine Mäte hier Paper Singapore Moltes. ich habe war einfach hier an jeder scheiße dich lauer spielen können aber nicht mehr unbedingt lang nichts da alter du flieh den noch roh den facken auf die mats Sit down boy I don't know that I don't know that Fuck, ich hab mich verbraucht. Oh, der ganze Scheiß-Dandel-Bellmann. Nein, ich wollte... Ich hätte ihn so trappen können. ... ... Es ist einfach von der Zone am Strand. Es ist einfach. Egal, das ist ein Turnier. Letzte Turnier gespielt, Jungs. Oh, fuck, my love. Scheiße, so nimmer. Na, egal. Ich bin eh für 8 Minuten drüber. Hätte ich viel zu laut ausspielen können, aber wie gesagt, ich wollte ja denken, das Turnier jetzt spielen. Man kann erst per Runde 8 Punkte wohnen. 10 Plätze wohnen. Na, wird schwer, aber wird sich davon abgeneigt, dass wir hier oft die 8 Punkte schaffen. Hier sind 4 Leute. Wird sie schreiben, was sind hier 3 Leute? Hier sind wir wahrscheinlich 2. Dazu kein AIM. Das Dude. Das Dude. Das Dude. Das Dude. Jetzt geht's también. Das Dude. Ich habe ein paar Leute, das die Geld verdient. Ich habe ein paar Leute gespielt. Ja, da waren es ja noch zwei Nägeln. Oh man. Was für keine Waffe, what the fuck, was schlecht ist denn das Haus, Digga? Ich wusste nicht, dass es das Beste ist, aber keine Waffe ist schon bald. Oh man, ich habe gar keinen Bock mehr, Alter. Hauptsache ich lade die ganze Zeit durchgehend mit meinem Scheiß-Kontroller. Jetzt mal natürlich eine Ladekammer weg geht er aus. Traurig ist das denn mit dir? Natürlich geil, ohne Pump, ohne Tactical. Ah, nein. Oh, ich kriege auch viele mehr. Ich bin gespannt, wie viele man überhaupt bekommen kann. 500? Kann so ein... Ich hoffe... Also ich hoffe... Entweder hoffe ich 500 oder... Ich kann nur 500 oder vollkommen. Ah, T Berner afflich. ... Wam sehen wir uns wie bei der Hand von wie bei der Tür ist. Wenn ich heraus Und dann noch ein Loverkram. Es ist voll oft krampfen, wenn man kein Schild hat, ne? Alter, war der gut. Der war schön. Digga, Baum! Digga, genau! Er hat Raketenwerfer! Warum denn nicht, ne? Den Erdenberg ist, Alter! Er hat die Landung! Digga, nein, nein. Digga, killst du denn auch einfach anders? Wichtig, Alter? Oh, Mann. Das ist traurig. Geil, dann wäre das vielleicht Raketenverpackung. Das ist Spaß. Oh Mann, Alter. Das ist schon hart verlassen. Ich hätte auch mit meinem Geil sein können. Das ist alles, was ich. Das ist toll. Das ist toll! Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Ich bin ein Bastard. Ich bin ein Bastard, ich bin ein Bastard. Ich bin ein Bastard. Ich dachte, es wird viel verschwitzer zum Endgame. Also im Endgame, dass jetzt noch 10 Leute leben oder 11, 12, 13. Die Zone ist schon relativ groß, so ein Turnier für zwei Leute. Ich bin ein Bastard. sechs Punkte nach der ersten Runde ich will jetzt keine Hatchel oder so passieren und richtig der Händen schimmelt da, oh mein Gott oh mein Gott, der schimmelt da nicht dein Ernst, Bruder Digga, ich kann es hier falsch machen, oh mein Gott, ich fick mein Leben na, ist jetzt na gut, dass ich rausspinn, Alter oh, 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 oh das fühlt sich doch gut an Digga, die fucking G ah, keine schlechte Runde, ging klar nice, Emoticon nice, nice Regenschimm ist gut ich mag den muss ich sagen, ich mag den mein Ziel ist, mit dem er kommt auf jeden Fall die Dinge zu ich finde, Ali mit Nose ging ganz natürlich die pickaxe ist gut die pickaxe ist gut ja so kann es weitergehen so Leute wie Tifi und so, die werden so viel absahen bei so Turnieren zum Beispiel, wenn es halt dann zu den größeren Turnieren geht, sag ich mal die Ja Moin, da kommt erstmal nur das Knicker vorbei. Digger sind das fucking Trierdskins, wenn ihr jetzt mal guckt. Fuck. Box ist auf Schädel oder so. Okay, das ist das Ding. Schädel oder so, sorry. Schädel oder so, weil du befoltert auch. Trierdskins haben. Oh mein Vater. Oh mein Gott. Ich bin von der Tollstand schon gut, wenn ich den wegkämt. Oh, das sieht aus. Oh, das passt doch. Okay, ich würde einmal ganz anders aus der Tür raus gehen, wo ich den Bus verschöpfen habe. Das ist nicht besser, das ist nicht besser. Das ist nicht besser. Ich habe in der ersten Runde 3 Kills genommen. Du kriegst bei Ding, wenn du 3 Kills hast, einen Punkt und bei Win kriegst du 3. Und Ding, halt Top 10 und Top 3 auch nochmal jeweils ein. Oh man. Oh man. Das hat gar nicht mehr so gut für mich gespielt. Das ist eigentlich nicht. Hm. Hallo. Wir wollen was in der Höhe. Ich muss ja denken. Da war da einer. Ich gehe einfach. Ja. Ja, da ist einer. Da habe ich doch nicht viel kommt. Ich gehe einfach nicht mehr. ist aber wer konnte so zugucken pendrii dv und falls dir gefällt kann so im josen abonnen würde mich auf jeden fall freuen ich versuche erst mal und punkte zu machen also brauchst du nur im endeffekt eins spielen also ein turnier das sind ja mehrere am tag aber es zählt ja nur wenn du wieviel punkte du bei einem schaffst wenn ich hier gut abschneid spiel auf jeden fall spiel spieler aber zocken marken kann er für mich machen Da könnte ich so richtig hin. Da hatte ich nix dagegen. Oh Bruder, das ist doch nicht so ein Ernstchen, ey. Der spielt 100 pro PC oder so. Scheiß Schützer. Digga, übertreibt halt den. Ja, Junge, wahrscheinlich schießt der runter, Digga. Keine Affe. Ja. Eine Metz. Ich hasse es. Ich heule, Alter. Meine Metz sind so ekelhaft, Mann. Ich verpiss mich einfach. Ich bin nicht so schnell gestort. Ich komme auf die Räusche. Ich bin nur da. Ich werde ja auch Gang. Im Gegenteil. Ich bin nur da. Ich bin nur da. Ich bin nur da. Ich bin nur da. Ja, ich spiel ja auch nur auf meinem zweiten Account. Auf meinem Account. Auf meinem Damen Account, sag ich mal. Auf dem anderen hab ich 10 Millionen Skings gefühlt. Ich spiel jetzt noch das Turnier auf dem Account. Oh, chill, oder? Na, aber ich spiel später auf dem anderen Account. Ich muss mir jetzt eben eigentlich nicht ändern, aber ich nehm den dann am Anfang. Oh, ein Schlag. Digga, das ist nicht euer Ernst. Junge, what the fuck? Wahrscheinlich, Digga. Na Digga, ich hab irgendwie keinen Bock auf das Turnier gerade. Naja, vielleicht mach ich später. Gab null Bock. So richtig rein zu schwitzen. Zum Pleb, Alter. Ich geh auch gleich auf dem anderen Account und... Ähm, wer ist das? Ich spiel ja mit euch. Ich schreib dir meinen Dingnamen, Bruder. Nein. Ja, ist das. Hauptverkaufennamen. Ich denk' ich schon, mir jetzt auf gleich was zu essen. Ich geh jetzt auf meinen Account. Dafür muss ich das Team leider beenden. Aber... Komm. Zuerst, das lässt ich sehr gerne gleich nochmal rein. Beziehungsweise jetzt rein. Bis gleich, Jungs.